Katsch ist gerade angekommen, Katsch ist auch eine Spürnase in Rente, die heute in Rente geht. Katsch hat leider, leider hier, das seht ihr, den Schwanz, ist leider kopiert. Aus medizinischen Gründen, der hat sich angeschlagen, musste leider kopiert werden. Er kann deswegen nicht in die Schweiz, kann nur nach Deutschland oder Frankreich vermitteln. Er ist ein bisschen grummelig, sagt mir der Hundeführer gerade, aber es sieht eigentlich jetzt nicht so aus. Was nicht ist, kann ja noch werden, aber... Katsch, wie lange? Wie lange? Aber es ist ein großer, braver, lieber Schäferhund, komm mal da her, komm mal da her, komm mal da her, komm mal da her. So, schau mal her, so ist gut. Ne? Ne? No, mal hier. Also er ist ja ein bisschen aufgeregt von der Fahrt und so weiter, aber wie lange? Komm mal da, komm, so ist es gut. So. 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 So.